Let's start again Eine Produktplatzierung Also die Entwickler Oder der Publisher Hinter Shakes and Fidget Hat mich gefragt Ob ich nicht Interesse hätte Das Ganze mal Auf meinem YouTube-Kanal zu bringen Und ich hab mir gedacht Weil ich das Spiel Schon echt ziemlich lange kenne Es gibt das ja auch schon Ziemlich lange Wäre auf jeden Fall Nichts verkehrtes Und mir macht das Super viel Spaß Und wie viel Spaß Mir das ganze Game macht Das werde ich euch Jetzt mal zeigen Wir haben nämlich Unter anderem Unsere Gilde ausgebaut Ja da sind jetzt Mittlerweile 35 Leute drin Und es wird jetzt Bestimmt sicher Den einen oder anderen geben Der sagt Boah ich hätte auch Bock In die Gilde von Kevin Kann ich euch schon mal sagen Da werdet ihr große Chancen haben In Kürze Denn ich werde in Kürze Auch aussortieren Aus der Gilde Wir haben das jetzt so gemacht Dass wir immer Zum Anfang einer Jeden Woche Einen Screenshot machen Und das hier sind Zum Beispiel so Kandidaten Wenn die jetzt nicht In Kürze hochkommen Mit ihren Level Werden die wahrscheinlich Relativ zeitnah rausfliegen Ich kann euch auch Schon mal sagen Leute Wenn ihr in die Gilde Reinkommen wollt Die größten Chancen Bestehen für Leute Die so in Richtung Level 30 schon sind Also Stufe 30 Ich bin mittlerweile Stufe 53 Bin auch fleißig Weiter am Level Ich mache jeden Tag In der Taverne Meine ganzen Quests Und so Da werden wir jetzt Auch gleich drauf eingehen Und ich habe auch schon Mittlerweile Ordentlich Dungeons gemacht Einen haben wir hier Komplett fertig Bei den Minen von Gloria Bin ich jetzt auch Bald durch Und dann habe ich hier Noch die ganzen Anderen Dungeons Aber das ist doch Relativ viel Oh da bin ich rausgeflogen Was noch erledigt werden muss Und die sind schon Echt mittlerweile Ziemlich knackig Also ich muss noch Ein bisschen mehr leveln Und ja Ansonsten läuft es Doch relativ gut Ich müsste jetzt mal gucken Dass ich auch mal Schaden Also hier Geschicklichkeit Und Intelligenz Hochlevel Ich versuche das Immer so zu halten Dass ich Stärke Halt am höchsten habe Und auf Ausdauer Und Glück Versuche ich immer so Circa 50% Von Stärke zu haben Das heißt Glück Müsste ich eigentlich Auf 550 bringen Und Ausdauer ist jetzt Zeit temporär erhöht Weil ich da Einen Trank drinne habe Und Geschicklichkeit Und Intelligenz Versuche ich auch immer Auf 50% Von Ausdauer und Glück Zu halten Es ist eine relativ Gute Verteilung Mit der kann man Echt gut Schon was reißen Und Ja Ich komme damit Eigentlich relativ gut klar So und dann würde ich sagen Gehen wir einfach mal In die Taverne Weil es gibt noch Ein paar Aufgaben Die können erledigt werden Ich habe sogar ein paar Von diesen Uhren Aber ich würde sagen Für eine 5 Minuten Quest Setze ich die Auf gar keinen Fall ein Ich gehe immer Nach den Sachen Wo ich die meisten Erfahrungen bekomme Und hier sieht man Schon zum Beispiel Inklusive Bonus 42% für Lehrmeister Gilde 22% fürs Sammelalbum Also der Lehrmeister In der Gilde Der gibt natürlich Auch nochmal extra XP Das ist auch nochmal Eine geile Sache Den müssen wir auf jeden Fall Auch mal weiter hoch Leveln Weil der Erhöht halt einfach Die XP Die man bekommt Und wir haben jetzt Schon ziemlich krass Das mit der Gilde Hier gepusht Das kostet mittlerweile Ordentlich Pilze Ich habe ja von Dem Publisher Ein paar Pilze Zur Verfügung gestellt Bekommen Ich habe auch schon Ordentlich in die Gilde reingespendet Gestern alleine Habe ich ein paar Tausend Gold In die Gildenbank Geballert Ich glaube Also wenn ich das Alles zusammenzähle Was ich gestern In die Gildenbank Gespendet habe Waren das locker 5.000, 6.000 Gold Und gestern habe ich auch noch 50 Leute drin haben Und wenn die alle Alle 50 Leute Ziemlich großzügig sind Dann werden wir Relativ schnell Hier diesen ganzen Krempel auch Ausgebaut haben Lehrmeister Und Gold Schatz Und dann wirkt Sich das für euch Ja auch noch besser aus Lehrmeister machen wir Zuerst damit ihr Schneller Level steigt Weil wenn ihr Schneller Level steigt Kriegt ihr automatisch Ein höheres Level Und verdient dann auch Automatisch mehr Gold Pro Quest Und deswegen Skillen wir das mit dem Gold zuletzt hoch Aber jetzt wisst ihr Schon mal so Wie die Philosophie Der Gilde ist Wir könnten auch schon raiden Wir müssen nur jetzt Einmal dafür 105.000 Gold Zusammensammeln Also wie gesagt Wir suchen wirklich Leute Die Bock drauf haben Ähm ja Eine geile Gilde mit uns Auf die Beine zu stellen Und da ist jetzt Platz Für 36 Member 35 sind gerade drinnen Und deswegen würde ich sagen Wir gucken mal Also der Kandidat hier Ich weiß nicht wer es ist Aber Also der Name ne Kollege Wirklich So Püst Games Hier Kann ich zwei Tage Vielleicht mal nicht spenden Ich muss was ausbauen Wäre okay wenn du sagst Dass ihr das Gold braucht Sagt mir einfach Bescheid Ja gut Das ist ja nicht schlimm Wenn jemand mal zwei Tage Pause macht Ne mit den Spendlern Das ist kein Problem So hallo Ich bin ein Abo von Gamers Time Dürfte ich bitte in die Ja der ist Level 14 Das ist halt relativ niedrig Ne Level 14 Schafft man fast an einem Tag Also die Kandidaten Die hier sind Sind fast alle ziemlich niedrig Ähm Er hier ist Level 21 Also Stufe 21 Dem gebe ich eine Chance Der darf in die Gilde So Dann weiten wir den mal hier Und dann müssen wir mal ganz kurz Unsere ganze Post wieder löschen Denn das ist auch so eine Sache Da muss ich immer drauf achten Ich darf maximal 100 Nachrichten haben Also wenn ihr mich auf jeden Fall Kontaktieren wollt Und mit mir spielen wollt Ich bin in der Welt 16 International Ich heiße einfach Gamers Time Da könnt ihr mich ganz leicht In der Ehrenhalle finden Das ist auch richtig richtig easy Kann ich euch auch gleich Einmal ganz kurz zeigen Wie das Ganze funktioniert Wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt Weil ihr in die Gilde möchtet Also es findet jetzt in Kürze Die erste richtig große Aussortierung Bei uns statt Ja Der hier ist zwei Tage schon offline Der Möhre Ähm Der hat sich auch abgemeldet Aber trotzdem Mit dem werden wir zum Beispiel Auch mal reden müssen Ne So Und wenn ihr mich jetzt sucht Zum Beispiel Dann geht ihr einfach in die Ehrenhalle Gebt ein Gamers Time Das wird jetzt halt Nicht suchen Ne Weil ich ja hier schon bin Und dann findet ihr mich hier Ne Der Gamers Time In der Gilde Gamers Time Und dann könnt ihr einfach Hier oben ist dann so ein Plus Klickt ihr drauf Und dann könnt ihr mir da Eine Nachricht schreiben Und wenn ihr dann Interesse Auf Also an einem Gildenplatz habt Könnt ihr euch so melden Wichtig ist Wie gesagt Ihr solltet in Richtung Stufe 30 gehen Also mit Stufe 10 Braucht mich keiner anschreiben Ob er in die Gilde kann Da meine ich nicht böse Leute Aber das macht keinen Sinn Ne Wir wollen ja vorwärts kommen Mit der Gilde Und da bringt mir nichts Wenn ich die immer wieder Mit Lowys fülle Die dann irgendwie Nach zwei Tagen inaktiv sind Also wer Bock hat mitzumachen Der sollte das schon ernst meinen Und Ähm Ja Ich möchte nur noch mal sagen Nur weil jetzt kein Video kam Ähm Heißt das ja nicht Dass ich inaktiv in dem Spiel bin Also man sieht ja Dass ich alles andere Als inaktiv bin Ähm Oh die Gilde verlassen will ich nicht Also ich hab hier schon Ordentlich gefarmt Und ich kann euch auch mal zeigen Hier so sieht mein Equipment Momentan aus Ich hab sogar so Das ein oder andere Epic Item Hier zum Beispiel Nämlich dieses Schild Das hab ich in einem Dungeon bekommen Genauso auch diesen Osterring hier Ziemlich krasses Teil Alleine der würde schon 1144 Gold geben Das Schild zum Beispiel 1044 Ja gut Das ist jetzt nicht so gut Ähm Der Gürtel ist schon richtig krass Finde ich Also echt heftig Und dann haben wir hier noch So eine Halskette Ja Da müssen wir auf jeden Fall gucken Dass wir da noch ein bisschen Besseren Stuff kriegen Ja Wie gesagt halt Also Welt 16 International International Da könnt ihr einfach Ähm Draufkommen Und euch dann bei mir melden Und ich würde sagen Wir gucken mal eben bei mir In der Festung vorbei Denn hier hat sich auch einiges getan Wie man sieht Also ich bin hier Fleißig am Ausbauen Und ähm Ja die Edelsteinmine Braucht jetzt noch Knapp anderthalb Stunden Was auch wichtig ist Zum Beispiel die Ritterhalle Die bauen wir auch Relativ oft aus Weil wenn die höher ist Ähm Steht ja auch hier Die Gildensumme Der Ritterhallen Ausbaustufen Verbessert für alle Gildenmitglieder Die Qualität magischer Edelsteine Aus deren Mine Das heißt also Man kriegt deutlich bessere Edelsteine Ne Und deswegen wie gesagt halt Je mehr Leute in der Gilde sind Umso krasser ist das alles Halt natürlich Ne Und deswegen versuchen wir Möglichst die Gilde voll zu bekommen Auch Mit aktiven Leuten Und deswegen möchte ich auch Nochmal an der Stelle sagen Also Wer Bock hat mitzumachen Der sollte schon aktiv sein Okay Jetzt machen wir mal überspringen Ich hab mir extra diese Sanduhren Die hebe ich mir meistens Dann nämlich mal auf Wenn ich weiß Dass ich ein Video aufnehme Ähm Ne der ist nicht gut Den nehme ich nicht So zack Dann überspringen wir die auch hier So dann können wir nämlich Oh Ui Was ist denn hier los ey Heute fliege ich ziemlich oft raus Das kann passieren Das kann mal passieren So und dann machen wir die Quest hier noch Ne Und da sammelt sich halt auch Ordentlich Gold an Wenn man solche Quests dann macht So dann trinken wir jetzt wieder Abenteuerlust voll Und dann können wir wieder weitermachen Hier im Geschehen Oh nice Da gibt's Eieieiei 25.000 XP für eine Quest Das ist gut Das ist richtig gut Damit kann ich dann echt schön hochleveln Ja jetzt kriege ich halt weniger XP Ähm Ja dann machen wir die Quest Die dauert jetzt 5 Minuten Die gibt mir aber auch Knapp 200 Gold Das ist dann schon mal nicht schlecht Und dann lassen wir die einfach durchlaufen Weil eine 5 Minuten Quest Die tue ich nicht überspringen Ich mach das meistens immer bei so 10 Minuten Quest Ich würde auch noch gerne Glücksrad spielen Das habe ich heute aber auch schon voll Ähm Deswegen kann ich das auch nicht mehr machen Aber bald Wenn ich Level 70 bin Kann ich endlich unter Pets Ich weiß nicht Ähm Was die bringen die Pets Oder Level 75 Und ich weiß Es gibt auch später noch was anderes Wo man hin kann Nämlich Das befindet sich in der Taverne Ähm Und es gibt ja auch noch den Schmied Ne Es gibt ja auch noch hier so einen Schmied Den kann ich im Moment auch noch nicht benutzen Ähm Keine Ahnung Worunter man den findet Oder war der War der wenn man in die Festung gegangen ist Hier Da müssen wir mal ganz kurz schauen Gilde Waffenladen Zauberladen Arena Ehrenhalle Pilzdealer Stadtwache Das ist das Das ist das Gilde Was haben wir denn hier Wohlhabende Grüße Unsere zahlungskräftigsten Kunden Bieten wir das exklusive Rundum Sinn Sinnlos Paket Die vergoldete Profilseite Ohne jeglichen Nutzwert Dafür ungemein teuer Zeigen sie dem Fußvolk Wie reich man sich fühlt Wenn man sich mit etwas Gold umgibt Ach da kriegst du einen goldenen Rahmen hier oben drum Ja ne für 1000 Pilze ist mir dann doch eine etwas heftige Investition gerade Ähm Ich brauch die Pilze eher für andere wichtige Dinge Wenn ich irgendwann mal keinen Sinn mehr da drin sehe die irgendwo auszugeben anderweitig Dann kann ich das ja überlegen zu machen Dann kann ich mir diesen Bonzenrahmen kaufen Ähm Ich hab glaube ich auch noch nie jemand gesehen der diesen Bonzenrahmen hat Ich glaube bei uns in der Gilde hat den auch noch keiner Mal abwarten Vielleicht finden Vielleicht Vielleicht ist irgendwann einer der Erste Ich weiß es nicht Werden wir sehen Ähm Ich weiß gar nicht Es gab einen Schmied Aber keine Ahnung mehr wie man zu dem hinkam Ich glaube aber dass ich im Moment noch nicht das Level habe Um zu dem hinzugehen Ähm Ja Ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues was ich euch noch zeigen könnte in dem Video Also ich glaube einen Dungeon werde ich heute leider nicht schaffen Da werden wir mal gucken dass ich dann vielleicht im nächsten Part Wird auf jeden Fall im nächsten Part noch geben Dass wir da versuchen nochmal weiter zu kommen Das wäre natürlich eine richtig schöne Sache Oh ähm Okay Ja und wie gesagt halt also wenn ihr Interesse habt in die Gilde zu kommen Schreibt mir einfach ingame eine Nachricht Dann können wir das regeln Das ist gar kein Thema Und können schauen Ähm Ja ob das war hier einen Platz für euch haben Aber wie gesagt ihr solltet schon wirklich Stufe 30 so in die Richtung gehen Weil sonst macht das halt alles keinen Sinn Ne Wir haben ja echt einige Leute die geben ordentlich Gas Hier Todesklinger zum Beispiel Der ist auch richtig schön am Leveln Also solche Leute Oder der Kronex Ähm Der war am Anfang einer der langsamsten Und jetzt ist der richtig abgegangen Richtig coole Sache auf jeden Fall Und solche Leute können wir gut gebrauchen Die richtig Gas geben Ja meine Freundin zum Beispiel Die ähm Levelt auch Die macht jeden Tag ihren Stuff und so Ne Das ist eine Sache Man kann das halt alles cool nehmen Nebenbei erledigen Und ich kann euch auch sagen Es gibt sogar eine App fürs Handy Oder für Tablet Je nachdem was ihr von beiden nutzen wollt Ich weiß dass ich hier ziemlich viele Handy Zuschauer habe Also ihr könnt euch ganz easy Auf dem Handy so eine App runterziehen Und dann macht ihr einfach dort Stellt ihr die Quests ein Und das ist so schnell am Tag alles erledigt Ne Das ist eine Sache Die kann man immer mal nebenbei machen Meistens wenn ich Videos schneide Tue ich auch nebenbei Shakes und Fidget Lasse ich laufen Auf dem anderen Bildschirm dann Oder auf dem Handy Und dann Irgendwann lasse ich die Quests machen Und wenn eine fertig ist Lasse ich dann die nächste Quest machen Ne Wir können doch mal eben ganz kurz schauen Was sich so heute im Waffenladen befindet Aber bis jetzt ist hier nichts Gutes an Stuff bei Außer die Schuhe Die sind nicht schlecht Die geben ordentlich Rüstung dazu Aber Ist nicht Ja komm doch wir holen die mal Ja jetzt habe ich auf jeden Fall deutlich mehr Hier ähm Schadensreduktion 50% fast Das ist auf jeden Fall gut so In dem Bereich sollte ich mich immer bewegen 50% Schadensreduktion Ja ähm Das Schwert was ich habe Ist schon echt ziemlich ziemlich gut Das möchte ich ungerne gerade austauschen Aber ich hätte echt sehr gerne eine epische Waffe Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen Dass wir mal Ähm Hoffen dass wir Glück haben Und in einem der Dungeon hier was richtig geiles bekommen Ja und ansonsten seht ihr also Es läuft auf jeden Fall ordentlich stabil bei mir Hier geht es richtig gut zur Sache Die können wir eigentlich auch mal einwerfen hier diese Tränke Ähm Ja Drei Stück habe ich jetzt eh drin Ich glaube mehr kann man gar nicht trinken Und Hier steht gerade Achso da schreiben die in der Gilde Moinsen Zusammen So Genau Also wie gesagt wir suchen auf jeden Fall Leute Die bereit sind Aktiv zu spielen Die bereit sind auch Gold zu spenden In die Gildenbank Damit wir wirklich die Gilde stark ausbauen können Und wenn ihr auf das ganze Bock habt Dann schreibt man einfach Ingame Welt 16 international Der Name meines Charakters lautet Gamers Time Und ich würde mich auf jeden Fall über euren Besuch Ähm ja Ingame Äh freuen Und ja Dann sehen wir uns im nächsten Part Oder wenn ich das Spiel zwischendurch mal im Livestream wieder anwerfe Das kann nämlich auch passieren Dass ich zwischendurch im Livestream manchmal meine Aufgaben erledigen muss Und die haben wir jetzt hier so gut wie fertig Dann würde ich sagen Dann machen wir direkt nochmal schnell hier die nächste Aufgabe Ähm Oh da gibt es für eine 22.000 XP Ja Die nehmen wir an Dann überspringe ich die noch Dann haben wir hier im Video nochmal so ein bisschen Was an Aufgaben erledigt Ja Da gucken wir mal eben kurz durch So Da gibt es 16.000 Da Ja okay Dann machen wir die So Zack 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 Dann haben wir die auch erledigt Dann gucken wir mal weiter 13.000 16.000 Sehr schön Hier ist nochmal eine 16.000er Die machen wir auffällig Zack Zack So Und dann gucken wir mal weiter Hier Was haben wir hier noch Ähm Da ist die höchste gerade wieder Eine 9.000er Fünf Minuten Ja Die lasse ich dann durchlaufen Und ihr seht auch schon Ich bin schon auf der Hälfte von Level 54 Oder Stufe 54 Ja Da bin ich mal gespannt Wie weit ich sein werde Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen Ich hoffe das Video hat euch gefallen Falls ja Lasst ein Däumchen da oben da Und nennt einen Kommentar Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Ganks und Fidget wieder Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss